Das Verhandeln, was immer wieder als sehr einfacher Begriff, hier sehr einfach titulierter Begriff, auftaucht, auch in der Psychotherapie oder in der Beratungsarbeit oder im Coaching oder in der Mediation, in der Vermittlung, ist dieser Begriff Verhandeln. Etwas wird zwischen den beteiligten Menschen verhandelt. Der eine hat diese Auffassung beispielsweise, der andere hat eine andere Auffassung, ein dritter hat wiederum eine andere Auffassung. Das heißt also, es gibt unterschiedliche Interessen, es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen, es gibt unterschiedliche individuelle Perspektiven von Thematiken. Und da müssen sich dann Menschen immer wieder auseinandersetzen oder sie können sich auseinandersetzen und eben gemeinsam Verhandlungen aufnehmen, alleine Verhandlungen aufnehmen oder mit Zuhilfenahme eines Verhandlungspartners, eines Mediators, wenn der sich als Mediator bezeichnen will oder wie auch immer sich bezeichnet, auch Therapeut, um eine Sache tatsächlich auch wirklich verhandeln zu können. Und Verhandlungen bedeutet, dass der eine seine Interessen wahrt und etwas gewinnt damit und der andere Mensch aber seine Interessen auch wahrt und auch etwas gewinnt, sodass beide ein Stück, eine Portion an Begegnungspotenzial haben, in dem sie sich einig werden oder einig werden können und zum Beispiel ganz pragmatische Verhandlungen stattgefunden haben bezüglich der alltäglichen Lebensgestaltung. Also in der Art, zum Beispiel in einem Ehealltag, wird verhandelt zwischen den Ehepartnern, wer geht jetzt wie mit den Kindern um. Da ist zum Beispiel eine ganz wichtige Thematik, die Entlastung der Ehepartner, der einzelnen Ehepartner in der Alltagssituation. Das heißt also, sich nicht immer mit den Kindern zu beschäftigen, wie das zum Beispiel oft bei Frauen der Fall ist. Und dann heißt es eben, der männliche Part übernimmt dann eben auch die Betreuung der Kinder zu der und der Zeit, zu dem und dem Tag und zu diesen oder zu jenen Bedingungen. Etwas ganz Wichtiges, was oft ein starkes Konfliktpotenzial hat, weil Frauen fühlen sich beispielsweise oft überlastet mit der Kindererziehung, gerade wenn jetzt auch mehrere Kinder im Haushalt sind, wenn es zwei, drei, vier Kinder sind. Und da braucht es ganz klare, zu verhandelnde Lösungen zwischen den Ehepartnern. Und das muss besprochen werden. Und das muss zu Ergebnissen kommen, die eben auch tragbar sind für die Beteiligten, sodass dann Auskommen denkbar ist. Das ist also ein Beispiel. Verhandelt wird aber auch alles Mögliche. Und zu sagen, wer macht jetzt wie Ordnung, leisten wir uns gemeinsam, wenn wir Beziehungsalltagsgestaltung sehen, eine Putzfrau, oder wann wird geputzt, alle 14 Tage, wer putzt was, wie, in welcher Art und Weise, welchen Anspruch muss ich dann für mich aufgeben. Ich habe natürlich, jeder Mensch hat eigenständige Ansprüche, die er hat, zum Beispiel an Sauberkeit, das Thema, profane Thema Sauberkeit. Und da muss man eben auch Kompromisse eingehen. Also verhandeln heißt eben auch, ich kann meine eigenen Ziele nicht vollkommen durchsetzen, sondern ich muss von meinen Zielen auch lassen können. Ich muss mich auch an den anderen anpassen können. Deswegen liebe ich ihn ja auch schließlich als Partner, um Dinge hinzunehmen und auch auszuhalten und zu erdulden. Aber es braucht eben immer wieder das Gespräch, die Auseinandersetzung des zu Verhandelnden, was eben verhandelt werden muss. Und das ist eine wichtige Kultivierung, wie man Menschen beibringen kann, wo man Menschen unterstützen kann und wo sie etwas Neues dazulernen, was sie vielleicht anfangs in Beziehung noch nicht kannten oder was noch nicht fähig war einfach auch, weil es vom Erfahrungshorizont gefehlt hat. Und dann wäre das die Verhandlungspraxis, die sie dadurch lernen. Später wird es dann so sein, zum Beispiel, wenn Kinder größer werden, muss ich immer wieder mit denen auch was verhandeln und aushandeln und sagen, ich kriege von dir das und jenes und du bekommst von mir das andere. Also jeder gewinnt bei einer Verhandlung. Und das ist etwas Gemeinsames, wo man sich gemeinsam einigt. Und dieser Vermittlungsprozess einer Verhandlung führt zu gemeinsamen Werten, führt zu gemeinsamen Horizonten, in denen alle Beteiligten in dem Maße zum Ausdruck kommen, in dem sie zum Ausdruck kommen können und eben ihre Teile dafür auch bekommen, die für sie wichtig sind. Und insofern ist die Verhandlung eigentlich ein tagtäglicher Gegenstand der Auseinandersetzung, ein tagtäglicher Gegenstand der Kommunikation, des Ausgleichs, nicht den Begriff Ausgleich, nennen wir auch immer wieder ganz häufig. Und das braucht einfach hier verschiedene Kommunikationswege auch durchaus, verschiedene Kommunikationsarten, aber eben doch das Kontinuum einer Kommunikation, um Ergebnisse, um brauchbare und tragfähige Ergebnisse in der Verhandlungspraxis zu erreichen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Eine Verhandlung spielt natürlich darüber hinaus, jetzt über den Beziehungsalltag oder Lebensgestaltungsalltag von Menschen eine große Rolle in der Politik beispielsweise, im Wirtschaftsgeschehen überall, wo Menschen miteinander zu tun haben und kleinere oder größere Konflikthaftigkeiten vorhanden ist, die eben zu verhandeln sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.